Den BMW iX, den kennen wir schon. Das, was da aber durch das Wasser pflügt, ist die M-Version. Der BMW iX M60. Optisch ist das Topmodell des elektrischen Oberklasse-SUVs nur schwer zu erkennen. Es gibt nur einige M-Schriftzüge und blau lackierte Bremssättel mit M-Logo. Aber das Auto hat mehr Power. Bis zu 619 PS und bis zu 1100 Newtonmeter Drehmoment hat der M60 parat. Der Sprint auf Landstraßentempo soll laut BMW in 3,8 Sekunden vollzogen sein. Launch Control ist inklusive. Das Fahrwerk wurde bei der M-GmbH angepasst. Sportsitze, Sportlenkrad oder andere BMW M-typische Details suchen Fans dagegen vergeblich. Bei den Preisen wird es wohl aber erst bei über 130.000 Euro losgehen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.